Ja, Bad Aibling. Wir gucken uns jetzt mal an, was alles so da ist. Au! Ah, Mensch! Wo ist denn eigentlich der Snowden? Beim Pudding, glaube ich, oder? Da sind die richtig in Zwezimmer, nicht? Schafft der drei Jahre bei denen und merkt dann, ich spioniere, nicht? Zeig einem den spioniert. Hab gedenkt, ich mal einen Tag Langschalen an. Mund getöpfert und Hand geblossen. Einwandfrei, ne? Ne, versteh mich falsch, ich will hier niemanden unnötig beruhigen, aber... Warum werden abgehört? Weißt du, warum abgehört werden? Ich kann doch sagen. Weil's geht. Das ist der Hauptgrund. Da. Da. Ich glaube, das Snowden, den hab ich sie nie mitessen lassen, da bei der NSU in der Kantine. Weißt du, da hat er immer gesagt, euch verrat ich, euch verrat ich. Einwandfrei. Aber schön, ne? Irgendwie kann man nichts sagen. Bad Aibling. 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 Vielen Dank.